Doch jetzt kommen wir auf die Idee, jetzt kommt er auf die Idee, auf einmal das zu machen. Ja, ich glaube, wir können staunen vorbei. Dann gehe ich zum nächsten. Kettbeier. So, jetzt blinde wir den erstmal. Oh, die haben Bomben. Kann man alles gebrauchen. Na, da haben wir was. Guckt ihr? Ich hoffe, wir machen, wir haben es richtig gemacht. Ich habe mich nicht mehr als Kettbeier. Ich kann es nicht mehr als Kettbeier. Ich habe den Rakshalay-Lakki mit dem Rakshalay-Lakki gelegt. Was ist das? Es gab keine Komitee, ich habe mich mit dem Roti gelegt. Ich habe die Roti gelegt. Ich habe keine Roti gelegt. Ich habe keine Ratschung gemacht, aber ich habe den Rakshalay-Lakki gelegt. Ah, super. Wir haben sie verstanden. Got it. Ich hab' den Roboter versagt. So, hoffentlich kommen auch Leute da drinnen wieder verstecken. Juwel eingesammelt. Oh! Einer Treffer. Juwel von der Warn gestohlen. Nur da nach draußen. Wie denn der Schiss ist denn der da drüben? Guck ich sie. Ja, das ist ja verstärkt. Das ist ja das verstärkt, wie es hat meine Schritte. Und das will ich ja gerade nicht, dass sie mich finden. Und alle ab. Und alle ab. Wie ist denn das da? Oh Gott. Schriftrolle, okay. Ich brauche Supplieren. Diese Guards sollten sich viel haben. Wie dämlich sind hier die Leute? Wie. Da ist erstmal da jemand. Die sprechen mir dann. Oh ja hm. Oh guck wo da hinten ist einer. Ach ja, mich interessiert sie nicht mehr so macht. Oh man wie schön das muss sein. Gesundheit erhöht. So schnell, Gott, verdammten Löwe. Und, wow. Warum hat man Löwen bei sich? Ich glaube, es ist immer so lang, gell? Na ja Löwen, was geht? Alles gut? Alles gut, Herr Trainer? Okay, gut, schicke Wachen. Schicke Wachen. Jetzt nicht schießen. Wo ist sie? Wo ist sie? Oi! Kommt die Leute! Au, das war's. Wir haben dich versperrt, oder sonst was. Dass er ohne sperrt, allerdings da reingeht, einfach mal so. Gott. Ist auch sowas, was ich ohne verstehe. Ah, ich will das jetzt mal um. Ich muss den ablenken, so dass er rumgeht. Dass er nach drüben schaut. Hallo? Das war knapp. Das war knapp. Ich glaube, der Hennen hat ein Jogget von dem Wachen dort. Ich weiß nicht, wie das dein aussieht. Das sind T-Poser. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja! ja was war denn das jetzt was war das denn jetzt ich habe das jetzt gerade verstanden also der das sind die probleme mit solchen ich muss es schaffen dass er weg komplett das problem ist wenn ich zu laut bin dann wird er mich hier oben ich muss da hoch jetzt sind die Lärmplom hoch ist sie Komm hoch! Geh hoch! Haken! Haken hoch! Haken hoch! Haken hoch! Haken hoch! Komm hoch! Danke! Ich bin schon tot, oder? Ich muss die Zeit lassen, um aufzuschauen. Na, leg dich hin. Gib dich schon wieder pennen. Warte nur. Haken hoch! Haken hoch! Got it. Das macht jetzt kein Leer, oder? Haken hoch! So, ich muss endlich, ich muss endlich kaufen. Ich muss zu sein, oder? Mit Teuben. Mir ist ja voll. Okay. Ah, brauche ich leider nur. Schade. Naja. Man kann nicht alles haben. Hoch! 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 Zack! Hier bin ich noch nie von nem aufgetauscht, oder? Jetzt, ich hab's problem. Ja, hab's gerade geschaut! Jetzt hast du dich auch noch nie. Jetzt! Jetzt! Munition voll. Oh, das hat auch noch eine Zeit, um das zu öffnen. Okay. Es ging rein, Buchs, los. Warte ab. Hoch, 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 hoch. Hoch, hoch, hoch. Hoch, hoch.